Das Sat.1 Samstagskino. Er täuscht seinen Tod vor und inszeniert seine eigene Beerdigung. Sein Erfolg ist lange her. Sie haben Paradise Miss Places geschrieben. Ich wusste mal, was witzig ist. Jetzt wird der Professor in der Provinz. Ich kann aber nicht unterrichten. Ich hasse Lehre. Aber wie sieht's mit den Schülerinnen aus? Gefällt mir, Lehrer zu sein? Eine humorvolle Folge. Voll toll aussieht, wenn sie barfuß tanzt. Wie so barfuß? Ich stehe auf Füße. Die Fritini Premiere. Wie schreibt man Liebe? Heute um 20.15 Uhr in Sat.1. Das Sat.1 Samstagskino.